Ja, es mag sein, ich bin paranoid, doch seht ihr denn nicht, was hier wirklich passiert? Google erstellt ein Bewegungsprofil, das wird analysiert und wenn man sich verdient, die Welt prädestiniert für die Übernahme der Eliten. Die wollen mehr verdienen. Denen reicht das Geld nicht aus all den Renditen. Deswegen Pokémon Go, kauft die Bälle im Game Store, so wird die Bank gefroren. Ihr finanziert ihm nämlich sein neues Boot. Das liegt an der Costa Brava, bei Sonne und Champagner. Du stehst im Regen und suchst nach Rosanna. Doch findest sie nicht, was für eine Bitch. Plötzlich ein Blitz, hell in dein Gesicht, neben dir ein CL und dein Bankerlächelt verschmilzt. Er kürzt sich an deinem Leid und deiner Not und es bleibt doch so. Außer du hörst auf mit Pokémon Go. Geh raus, die Welt ist dein. Findest neue Freunde, nie mehr allein sein. Dank AR alles im neuen Schein. Doch das ist Fake, Brody. Siehst du das nicht? Alle Hood Gang, führt dich zum Licht. Du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Ganz allein gehst du nun los und kennst keine Gefahr. Du streifst durch die ganze Stadt, sogar vor Bus und Bahn. Du suchst jedes Pokémon, bist voll in deinem Bahn, wirst fast umgefahren. Zeigst dem Fahrer den Dicken, meinst der solle sich ficken. Der Server ist am Spinnen, kannst nicht neu beginnen. Deine 5 Zoll Komfortzone endlich verlassen. Kommst nicht mehr klar und beginnst es zu hassen. Geh raus, die Welt ist dein. Findest neue Freunde, nie mehr allein sein. Dank AR alles im neuen Schein. Doch das ist Fake, Brody. Siehst du das nicht? Alle Hood Gang, führt dich zum Licht. Doch du bist verblendet. Schau, wie sowas endet. Egal wie oft sich der Pokestop noch wendet. Deine Erlösung, ähnlich wie Jesus. Leg das Handy weg und schlag Kugel mit dem Fendi-Bett. Geh raus, Publiclos毛. Realource hur? AtALI-Bettungsheim. Ja, du bist verblendet. Vielleicht examin' du schon mal mit dem Fendi-Bett. Alles klar sp représäte WLS. V impressive incar